Aber jetzt die Information, wo alle darauf gewartet haben. Die Basler Weltstars vom Oben, das Top-Secret Drum Corps. Das Top-Secret Drum Corps ist so etwas wie der Götti vom Basel-Tattoo. Ihren ersten Auftritt in Edinburgh hat ihrem damaligen Tambour und jetzigen Chef vom Basel-Tattoo den Flo in Sorge gesetzt, so ein Tattoo auch in Basel zu probieren. Und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Stop Secret! Applaudissements ... ... ... ... ... ... Applaus 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 Musik Musik A standing ovation für das Top Secret Drum Corps. Die Tambourer sind damit das Jahr wieder drei Wochen lang am Edinburgh Military Tattoo auftreten und werden dort jeweils zu Recht als eine der weltbesten Perkussionsformationen präsentiert.